Herzlich Willkommen meine Damen und Herren. Einmal winken. Ich bin aktuell in der Heimat. Das Schöne ist allerdings, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, tatsächlich hier mal in Person durchgelacht aufzunehmen. An meiner Seite Kim aka Belafie. Hallo. Hallo. Ja, du hast den Moment geschafft. Ich bin ein bisschen schwer zu pullen da. Und kann sagen, dass du das auch noch schaffst. Ja, hallo. Ganz entspannt. Wir spielen Syntra Fresh ohne großen Hintergedanken. Die Gegner haben einfach Kalista Lautidus gespickt und unser Team full AD und ich wusste nicht, wie man das gattet. Du wolltest einfach, ja. Ja und dann dachte ich mir, Syntra ist es vielleicht. Davor würde ich eigentlich Heimerdinger spielen, aber Heimerdinger kommt irgendwann auch als Post spielen. Okay, Ruhe jetzt. Achso. Wie machen wir das? Wie setzen wir das jetzt hier auf? Soll ich schon mal rein? Ah, du bist richtig... Wie stark sind wir? Oh, du nimmst das ja richtig ernst hier. Wie stark? Ja. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Auf Level 2 sind wir sehr stark. Okay, also hier hoch. Ja, Level 2 haben die vielleicht... Ich muss immer so Schwad nicht machen. Ja, oh, Entschuldigung. Das ist... Ich, also bei dir da noch reinzukommen, sprachlich. Ja, jetzt sind die Level 2. Gut, dass ich nicht getroffen habe. Ja, raus, raus, raus. Ach, das wird schwer. Wir sind jetzt auch Level 2. Ich hab die beide. Ich bin nicht Level 2. Oh, dann geh mal raus. Äh, aber hier ist auch noch Niederley. Was ist denn mit dir? Äh, was ist denn mit dem? Kannst du da noch drauf? Ja, ne, nicht so wirklich. Wer spielt eigentlich Niederley Jungle? Äh. Wann ist das wieder Weibel? Ja, das ist tatsächlich spielbar. Alter, hier ist ja richtig... Ich dachte, das ist jetzt hier so ein... Ach, hör mal. Aua. Ja, einfach töten. Einfach töten. Ja, also ich hab nicht erwartet, dass der mir in meinem Gesicht steht hier. Ich bin immer noch Level 1. Ja, das ist eine Grundproblematik. Ah! Alles gut. Die Lane ist völlig unter Kontrolle. Oh, shit. Wie lange steht die denn hier rum? Kannst du da warnen? Ich hab 58 Sekunden. Ich hab einen ganz unbe... Übrigens hab ich gesagt, diesen Patch kann ich nicht mehr pingen, weil irgendwie die Maus dann komplett heim geht. Der Riot hatte ich einfach per Mal gemutet. Ja, ich weiß auch nicht. Also wenn ich hier versuche, zu pingen... Ich glaub, das war extra. Guck mal bei der Ingrid. Ihr seht das hoffentlich. Als ob die Niederley immer noch steht. Das ist ja... Nee, ich denk nicht, oder? Geistes Crank. Geistes Crank. Oh, shit. Ja, ich bin noch nicht warm gespielt. Ja, ist okay. Es ist das erste Spiel des Tages. Achso, ah du... Okay, Entschuldigung. Krass. Aua. Ich hab jetzt immer noch meinen Kawomi drin. Wirklich? Ja, das hilft mir beim Konzentrieren. Na gut, okay. Warst du so einer der... Ich hab die Menschen gehabt, die neben mir saßen und die Klassenarbeit geschrieben haben und dann... Nee, aber... Ich mach das gegen die Kopfschmerzen! Kawomi kaum gegen Kopfschmerzen? Echt? Ja, scheinbar. Das hat mich richtig abgefuckt, ja. Das war bei uns auch so ein Achter. Der wird von hier gleich booken, ne? Ja, ich warte drauf. Aber ich hab eigentlich auch keinen Flash, keine Ignite. Eigentlich sollte ich da nicht drauf warten. Ja, nee. Ich glaub, warten ist hier gefährlich. Ich hab auch kein Hier mehr. Ich hab vier Sekunden im Wort. Soll ich den in den zweiten Geschirr stellen? Nee, 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 nee. Wir chillen, wir chillen. Wir werden eh die ganze Zeit reingepuscht. Also du kannst gleich übelgern einfach mal für Hooks gehen, ne? Wenn wir das treffen, sterben wir. Aber... Ich hab ja so viel nicht gedacht hier am Abend. Nee, 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 nee. Oh, das ist auch auf so vielen Ebenen schon wieder falsch, sowas zu sagen, ne? Eigentlich schon. Ich bin eine Frau. Ja. Es ist vielleicht schlimmer, wenn du ein Mann wärst. Ja, das stimmt. Also wenn... Wenn ich ein Mann wär. Ist tricky. Übrigens Leute... Weißt du, es ist doch einfach früher morgen. Hat ich... Ah ja, das stimmt. Ja, gut. Siehst du plötzlich... Ja, ist früher morgen. Ähm... Wenn ihr Vorschläge habt für durchgelacht, dann schreibt die... Bitte mal in die Kommentare, weil mir geht ein bisschen da die Ideen aus. Ich wusste eben echt nicht, was wir zocken sollen. Ich stell dir jetzt den Ball bei mir. Ist das zu unheimlich hier. Der macht mir eins sehr. Ich hab auch eins, ne? Willst du eigentlich irgendwann mal wieder was tun in dieser Lane? Ja, ich weiß nicht, dass ich... Ich wusste nicht, dass ich darf. Du darfst. 45 Sekunden bis... Dings? Ignite, ja. Ah, 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 okay. Das... Ja. Das wollte ich tun. Wollte ich nur gesagt. Ja. Achtung. Haha. Hannibal. Ich mit meinen 57 Hooks daneben. Ist okay. Der eine muss treffen und sprich wie hoch bist du der. Ja, sag ich auch mal. Ich stun einfach gleich einmal die Kalista für dich, okay? Dann treffe ich hoffentlich. Dann sag mir vorher Bescheid, dann kann ich ja genau darauf gucken. Ja, ja, ich seh das nicht mehr. Ich leg jetzt vielleicht da nochmal einen Ball hin. Ja, guck mal, der will. Der will. Der will. Ja. Der will auch. Raus, raus. Nee, rein. Rein? Ja, ja, immer rein. Wir haben die komplett am Sack. Äh, ich weiß nicht, wo Nieder ist. Oh, top. Okay. Ja, siehste. Also da kannst du, wenn du so einen Flay triffst, sicherer Kill. Ja gut, da waren aber auch jetzt gerade noch Minions, glaube ich. Ah, aber das ist egal. Immer tofter. Aber nicht Mama Award. Nee, die Nieder ist doch top gewesen. Ja, weil die könnte ja jetzt runterrehen. Ah, da braucht die ja noch ein bisschen. Die ist ne Katze. Ist sie nicht im Bild? Ja, lass mal durchpushen hier bitte, ne? Ich würd ganz gerne mal recoil'n. Okay. Ich glaub, das wird hier ansonsten nix. Da, den da. Den Fetti. Oh. Ja, nein. Ja, ich wüsste aber auch noch nicht. Oh, äh. Mach die Farben kennenlernen, ne? Ja, ist doch okay. Also ich weiß noch nicht, ob das okay ist. Ja, okay, ich bin tot. Ja. Kann ich bestätigen? Aber links kommt. Guck. Ja, ja. Stein. Oh Gott. Stein. Ist das ein Stein? Das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Das andere ist kein Löwe. Aber das ist ein Stein. Da würde ich mich festlegen. Ja, ich hätte vielleicht nicht das Kennenmanie machen sollen, während du gekämpft hast. Da habe ich meine Prioritäten vielleicht nicht ganz optimal gelegt. Das ist ein Classic Syndra ADC. Das ist ein Classic Syndra ADC. Oh, Entschuldigung. Ähm. Was macht der denn? Was macht der denn? Alter, das ist auf so vielen Ebenen ins. Dagegen war ja mein Engage ganz gut. Nevermind me. Das fällt mir ein bisschen schwer, dich nicht zu Nevermind. Äh. Ja. Ja, äh. Um mich herum. Ich fühle mich, glaube ich, wie so ein typischer ADC. Um mich herum explodiert einfach und ich sitze da mit meinen Tässchen. Und mach sein Kennenmanion. Mh. Äh. 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 Ja. Mh. Lass die mal killen, bitte. Jetzt doch. Ich dachte, ich darf jetzt erstmal recallen. Ja. Ja, stell dich da rein. Sneaky. Da bleiben. Die beiden wissen doch, dass ich hier bin. Nein, nein, nein. Hä, klar. Nein, du musst da. Hab Vertrauen. Da war ein Wort. Der ist gerade kaputt gegangen. Alles gut. Einfach Vertrauen. Und jetzt gehen wir base. Ich weiß, du denkst, du bist witzig. Wie, was? Nein, ich dachte wirklich, dass das geht. Äh, ich hab Lost Chapter. Und äh, ausnahmsweise werde ich mich hier vielleicht mal für ein Darkseid entscheiden. Das kaufe ich sonst eigentlich nie. Ähm. Ja. Schön lasteten, ne? Machst doch super. Ich bin ja auch eigentlich zwischen ADC Main. Aber nicht zu schnell pushen, ne? Hä? Ich lastete doch nur. Jetzt aber nicht pushen, bitte, ne? Was? Okay, okay, okay. Du, du hast den längeren Hebel, ja. Ähm. Ja, generell ist der Sound... Ah! Okay, Huxi! Ja! Ja, ja, ja! Huxi! Warte, ich baite, ich baite, ich baite. Ich lass dich... So lässt du mich sterben, meinst du? Oh Gott! Ja, alles gut. Bleib da. Bleib da. Als ob die so blöd ist. Da ist Nautilus hinter dir. Hast du schon Ult? Ja, super, wenn's so wär. Oh Gott, oh Gott. Ich hab keine Ult, äh, keine Flantern hier. Oh Gott. Ja, tiefenentspannt. Ja, das war doch gut. Äh, der Freeze ist natürlich jetzt nicht ganz aufgegangen. Aber Nidali hat auf jeden Fall geflasht. Sophie, äh, kann ich versprechen. Ich bin, äh, vielleicht ein bisschen low, ähm, dafür, dass ich gerade frisch aus der Base gekommen bin. Äh, die ist in unserem JAAAAAAAN. Ja, hier wird mir auch gleich ein Nautilus ins Gesicht geschmissen. Alles gut. Das ist ein Tinkerboard. Ja, auch das. Stimmt. Ja, äh, deswegen nimmt man meistens Highpods mit, wenn man wieder in die Base kommt. Die sind halt jetzt Level 6, die haben halt gut Bock. Mhm. Ich immer noch nicht. Ich geh mal beim, äh, Dings Warden, wo hoffentlich von denen nix ist. Nee, du, bleib mal lieber hier, oder? Die diven mich. Dann lass dich halt nicht diven. Also, was ist mit der Maus los dann? Dann ist das alles, ich weiß nicht, ja. So, dass die Problematik ist, die Kalista ultet jetzt einfach. Und dann, äh, sterben wir halt einfach. Aber, vielleicht kann ich die Kalista killen. Oh, schöner Hook. Oh, guck mal. Dann ultet sie jetzt gegen mich. Stell dich vor mich. Ja. Ja. Die haben wir noch. Die haben wir. Ja. Ja. Auto checken. Ja. Ich hab' ich auch noch. Komm. Oh. 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 Jawoll, Damikin. Ich hab' doch gesagt, ich mach' den. Ist, 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 okay. Jetzt darfst du ja auch noch zu lange gehen, ne? Und die fühl mich frezend. Achso, okay. Bitte. Ja, wunderbar. Ich hab' ja gesagt, äh, wir spielen Syndra Support und Flash ADC. Ja, ich mein' ich hatt' das auch gehört am Anfang. Das, 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 okay. Das war ein bisschen überraschend, aber ist okay. Ich hab' mir das genauso vorgestellt. Irgendwer muss ja hier carryn. Okay. Ist ein Statement. Ähm. Ja. Ich hab' nur gerade ich was gehört. Ich hab' übrigens überhaupt keinen Gamesound, merk' ich grad. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Ja, ich hör' ein bisschen was. Musst du auch am Rädchen drehen? Ja, das hat, glaub' ich, kein Rädchen. Wie sieht's denn sonst auf der... Oh. Ei. Drück nicht Tab. Gar nicht mehr so gut, ne? Drück nicht Tab. Also, wenn man keinen Gamesound hat, dann kriegt man gar nicht mit, dass alle den sind. Ähm. Ja, müssen wir die jetzt wohl noch öfter killen, okay? Oh shit, ey. Ich stun die jetzt. Okay. Okay. Wann, jetzt? Nee. Es kam terminlich etwas dazwischen. Äh. Ich hab' auch in 30 Sekunden erst wieder ult, aber dann... Ach. Ich dachte, ich springe wieder zurück. Ja, ist ja okay. Aber sowas zu probieren, ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, ist ja nur, weil ich nicht warte. 12 Sekunden abklinge. Ja, ja. Von mir aus kannst du ja den ganzen Tag reinhucken, weil wenn du was triffst... Achtung, da ist ein Auto, das wo du willst, ne? Ja, ja. Ich geh' nur die Seele holen. Hab' ich! Oh Gott. Ist okay. Hier bekommen. Nichts verloren. Mayfad hat auf jeden Fall aufguckt. Ich hab' Flash, ich hab' Flash. Nö, mach' mir nicht. Okay. Mayfad hat wahrscheinlich ult, oder? Oder er will nicht ulten. Ja, ich... Ich bin da einfach mal geflasht. Hier, ich slantern. Grafes Kind. Bitte? Können wir turnen? Okay. Oh, ich hab' keine Mana. Oh Gott, wie ärgerlich. Äh... Sag' mal, Herr Yasuo. Wollen sie auch? Vor der wieder den Tower-Dings flash ich irgendwie nicht. Ja, wunderbar. Das hab' ich zwar nicht gesehen, aber... Über die Boardman das Game gewinnen, ne? So läuft das. So kennen wir das. So, ich, äh... Ich komme. Ja, unser Mayfad... Ja, der wollte halt grad schon wieder Tower-Diven. Dann hab' ich gedacht. Mach' so Flash! Autotack, ne? Ja, das ist okay. Ich bin so ein großer Fan. Wirklich? Ne, bleib doch bei mir, oder? Ne, kann machen. Wirklich? Dann krieg' ich so das halbe Ding, sie... Ja, ne, das steht so noch dran. Oh, okay. Oh! Ich wollte auch meinen Recall nicht wieder abbrechen. Okay. So, wir kaufen jetzt Schuhe. Richtig Cash, man. Ich hab' 3-1. Dann kaufen wir das und dann kaufen wir Siegs? Fragezeichen? Ja, ne? Siegs oder... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Gewagte These. Pass auf, in sieben Sekunden habe ich wieder Lentern. Ich habe auch Ult. Ich auch. Oh ja, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn ran. Ja. Aber du musst ulten. Ja, alles gut. Komm her, komm her. Ja, ja, ja. Ich habe keinen Heeport, ich vollidiot, ey. Ja. Ah, nee. Oh Gott. Ja, da habe ich vielleicht den Nautilus auch geultet. Was für mich die... Was war das schon? Die Haken. Ab nach Berlin. Kannst du mir... Achso, nee, mein... Ja, da habe ich mich hier und da nicht für die... Also ich musste dich halt verkaufen. Mich verkaufen? Ja, ich musste quasi warten, bis die Ult durch ist, um dann mit den Lentern zu gehen. Aber Kalista ist in diesen langen Fights tatsächlich relativ nützlich, ne? Wann lebst du ihn wieder? Jetzt. Ja, das sind halt vier unten. Ja, ich weiß auch nicht, was so los ist. Ich glaube, das war quasi, als du den Nautilus guckt hast, das ist mir gut und ich glaube, da hätten wir quasi auch aufhören müssen. Ja, kann gut sein. Aber ich hatte halt auch noch Ult und dann dachte ich mir, ich habe auch viel... Ey, aber guck mal, wir haben wenigstens den Herald gekriegt. Dann habe ich quasi auch noch gehielt, während du im Sonjas warst. Ja. Also haben wir genau richtig. Ja, das ist... Ja, das ist... Also die Synergy ist da. Achtung. Lass mal hier warten. Nicht die Pflanze... Nee, nee, wir baiten mit der Pflanze. Wir stellen uns hier hin. Ich habe hier aber nicht gesweeped. Ja, ja, komm. Der Nautilus wird die Pflanze nehmen. Zack. Und dann... Ach, schade. Und dann... Raus, 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 raus. Da ist noch ein Teller. Hm. Ich bin, ich bin, ich bin, ich habe... Ist das so Kant oder ist das schon... Nietzsche. Oh, Entschuldigung. Sehr schön. Äh, ich würde sagen, hier. Ist doch nicht so warm. Nee, sag mal. Vielleicht kriegst du noch? Ich habe die gebetet. Ich habe sie? Ja. Ich kriege dann. Ich komme nicht hin. Ja, ja, ist es... Äh, wir müssen trotzdem bitte. Ach, scheiße, jetzt. Mann. Ah, lass mal ausruhen. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Du hast kein schlechtes Gefühl. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ja. Jetzt wollen wir da engage. Ja, nee, Jasu. Der ist halt komplett nutzlos, ne? Vorbei, der 04-Pause-Bike ist da. Guck mal, der will uns baiten. Sollen wir das machen? Nein. Doch, komm. Ach, wow. Der Recall-Sound. Ohne Recall-Sound habe ich keine Ahnung, wie lange das geht. Oh, sorry. Hallo, ich habe sogar extra gewartet. Das mache ich ja sonst nicht. Finde ich schon, dass du mich Fragezeichen findest, wenn wir nebeneinander sitzen. Ich habe den versetzt, oder? So, da, la. Ich weiß auch nicht genau, wie wir das jetzt spielen. Ich glaube, wir können da in den Busch. Ich habe einen Pink Ward. Ja, und dann stelle ich hier hin und dann schimpfen wir hier. Ja, wir warten, wir warten, wir warten. So, Kalister, aber der Kaiser auch. Kalister, Kalister. Hä, Kaiser? Hast du gerade Kaiser gesagt? Hast du nicht Kalister gesagt? Nee, Kalister gesagt. Okay, wir müssen jetzt geduldig sein, okay? Ich habe gar keine Geduld. Weißer, wir müssen jetzt geduldig sein. Warum? Ja, weil wir quasi warten müssen, ist der Nahrung, dass sie facecheckt und dann dahinter die Kalister one-shotten. Wir gehen nicht für den Nahrung. Und dann ultet sie weg. Ja, eben, deswegen nehmen wir ja die Kalister. Der geht ja nicht facecheck. Doch, doch, doch. Also nicht auf den? Nee, auf die Kalister dahinter. Ah, komm ich nicht ran? Dann wird's eng. Ja, ich hab's hier einfach mal. Ja, die ist low, die ist low. Ja, guck, das geht doch. Die Nahrung 1. Wissen wir uns dann? Ach, fuck, Mann. Ich komm nicht hinter dir. Ich komm nicht hinter den Scheißen aufgelassen. Ah, wir haben die Kalister, das ist die Hauptsache. Ja, der Fettsack ist halt ein bisschen fettig im Weg da, ne? Fettig. Fettiger. Fettiger Naudidus. Ja, ich weiß auch nicht. Aber, ja, sind wir. Und jetzt hör auf zu Inten. Ähm, ja. Gut. Ähm. Ja, der könnte ja schon ein bisschen mehr Mühe geben, wobei der steht 2-1-2, ne? Aber unser Team hat sich währenddessen gefangen, ne? Wir observieren Pressure. Naja, wir spielen ja auch 4 gegen 2. Und dann haben die halt irgendwie, ne? Klasse. Noch einen übrig zu holen. Heldenhaft, quasi. Eigentlich sind wir das Kanonenfutter hier. Ja. Ja, was wer hat sich denn hier gefangen? Von wem redest du? Ja, hallo, hast du mal eben einen Tab gedrückt gehabt? Ja, da war ja so 0-4 und Quinn 0-3. Ja, und jetzt ist sie 1-3. Äh, ja, wir gehen einfach Botlane weiter und hoffen, dass die oft genug kommen, damit unser Team irgendwas macht, ne? Oh, ne, weißt du, ah, da hast du noch die Dämpfeilung. Ja. Ähm. Ne, bleib mal bei mir, komm. Ich würde gehen auch nur in den Bord setzen, ruhig dich. Ja, aber ich bin ja langsam hier, das ist gefährlich. Die ist auch einfach seit einer halben Stunde nicht in den Bord. Ja, stimmt. Hätten wir irgendwann mal klären können, aber... Ja, ne? Da oben ist natürlich jetzt Offenholland. Ja, von mir aus kannst du auch da hingehen. Weiß es nicht. Aber wir können ja unten auf jeden Fall den Turm nehmen. Was kriegen die denn dazu? Oh. Wie steht denn der? 3-2. Der kann mich auf jeden Fall bürsten. Bürsten. Aber wenn du ihn huckst... Ich will der auch eigentlich ganz gerne... Oh, shit. Aber wenn du ihn huckst, dann haben wir den auch, ne? Also... Echt? Ich habe keine Ignite, keine Ult. Ja, doch. Das soll stehen. Also der kann ja meine Ult quasi blocken. Der hat hier gewordet. Ja. Ich bin ja eh keine Hilfe. Let's be honest. Ah. Hm. Ich spiele übrigens über WLAN. Und scheinbar aktualisiert gerade irgendwo irgendwie das. Ja, so scheiße sind wir dann... Nö. Wollte ich auch jetzt damit nicht sagen. Flame. Oh, fuck nein. Flame. Jetzt danach, danach, danach. Siehste. Easy! Das ist gut. Währenddessen stirbt unser komplettes Team natürlich wieder weg. Aber ich... Wir haben den Turm bekommen. Dann wir haben unseren... Ey, und wir haben den Tower bekommen, ja? Ja, das stimmt. So cool. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob der... Hä, die haben Niederle... Äh, Kalista und Nautis getötet. Warte mal, es läuft ja voll gut. Lass den Teller auch noch gehen. Wen flamst du denn jetzt hier schon wieder? Ja, Entschuldigung. Ich kann nichts anderes ping, außer Frage zu euch. Das ist echt... Ich bin ja handicapped da. Ist das ein Flaming? Nee, das meine ich nicht. Oh Gott, ey. Eiliger. Na, du hast ein Flash bekommen, ne? Und die Ignite. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Leif. Alter, ich kann nichts anderes ping! Muss doch nicht. Ah, guck dir das an! Was ist denn das? Achso. Was ist das denn? Das sieht halt komisch aus. Oh oh. Der Teller. Was ist los mit ihm? Damit bätest du natürlich krass Leute in den Tod, so, ne? Ja, aber ich ping... Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Achtung! Dann ping ich on my way! Ich ping. Statt Achtung, pingt Riot für mich on my way! Das ist... Hä, aber ich kann pingen, warte. Komm mal. Also ich kann auch pingen, aber nicht das, was ich pingen möchte. Ja, guck, dann kommt das hier. Ja, aber was ist das? Das Rad der Entscheidung ist... Wie weißt du, kann man das in der Aufnahme sehen? Ja, ja. Kann man. Gott sei Dank. Ansonsten wirkt es halt echt, als wäre ich der größte BM-Meister. Ja. Weißt du, irgendwer rennt dahin. Oh shit, wo sind wir eigentlich in der Kamera? Ja, du bist ein bisschen rausgerutscht, ne? Aber das ist okay. Da ist okay. Äh, wo lauf ich hin? Äh, warum bist du nicht bei mir? Das ist die richtige Frage. Weil du einen Greyscreen-Simulator hatte. Hallo? Ich würde voll gerne da rein. Ja, los, ich hab alles ab. 20 Sekunden hab ich auch ohne. Ja, die sind ja jetzt weggelaufen. Die sind hier bestimmt noch. Ja, die sind kein Tier zu dir gelaufen. Frisches Wort. Frisch her. Das Wort. Frisch. Das Wort. Der Wort. Nee, ist schon okay. Ich meine eher die Bezeichnung finde ich witzig. Das sind wie Spuren. Ja. Wir sind Spurensammler im Dschungel. Ach, lass mal hier den Bluboff machen. Bist ja auch quasi mit Laina irgendwo. Irgendwo. Ich muss sagen, ich hab nicht so viel Vertrauen. Ich nimm den mal mit. What? Ich hatte irgendwie, irgendwie hatte ich auf einmal das Gefühl, der, der, wir machen den gar nicht für mich. Äh, wollen wir hier trappen? Äh, die sind aber alle da und fighten. Ich würde lieber der Quinn helfen, Gang. Ja, hab ich noch so tun, als würden wir da noch helfen, aber die ist verloren. Komm, 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 komm. Sneaky, sneaky. Die machen Lash. Die machen Lash. Achtung, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit. Wir müssen jetzt stark sein, okay? Ich kann nicht. Du kannst. Warte, lass mich ausmachen. There we go. Was muss ich machen? Auch wenn ihr misst. Oh, fuck my life. Okay, krass. Ja, einer hat das schon lang. Jetzt musst du da raus, ne? Weil ich komm da nicht. Oder du kannst hier. Nee. Also, du hast ein netzes Angebot, aber... Du kannst mich mal ein bisschen unterstützt. Da muss ich leider verzichten. Ja, ich war irgendwie gestunt. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Wieso war ich... Nautilus? Hat er mich geautotaggt? Wahrscheinlich, ne? Ich mein, irgendwas musst du ja auch machen. Ich hab mein Ignite nicht rausgefahren. Mein ulti wird umgespielt. Alter, die machen einfach weiter. Zero, fucks given. Juni hat sich komplett hochgehalten, oder was? Jo. Du bist mutig. Ich weiß, ich müsste den Zeitzer machen wie in der Scheiß-Nieder. Schade, ne? Waren wir da dran? Aber ich fand es schön, wie du auf einmal... Fuck my life! Und in den Flash rein. Ja, dann hätte ich... Weil deswegen hab ich den Ding zu gekriegt, den Phantom. Das war schon, war schon. Also, ich hätte es auch langsamer spielen können, aber mir gefällt die Einsatzfreudigkeit, weißt du? Weißt du, du musst es 100 Mal falsch machen. Also, ne? So Engage falsch, dass du beim 101. Mal den Engage richtig machst. Ja, also ich glaub auch, es ist... Weil ich glaube, ein Falloff ist zu ängstlich und machst halt eher nicht... Also, du musst halt mehr failen. Ja. Also wirklich, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass eine Spielweise, wo man... als Playmaker-Support die ganze Zeit reingeht, die tausendmal mehr improve und die tausendmal mehr Win-Condition gibt, als passive... Oh, ja, Yasuo macht das gut. Macht er? Ja. Ich geb ihm den Lantan. Ja, wäre super. Weil der Outplayt die Kader, aber richtig. Ja. 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 Ich hab... Der 07 Yasuo Power Spike. 2,6. Ja, er stand halt 06 davon, ne? 07, 05, Entschuldigung. War auch du oder die? Ja, ja, aber... Das ist aber auch so der Yasuo-Playsteel wiederum. Ja. Ich würd schon wieder... Na, einfach mir die ganze Wave lässt. Wollte ich grad sagen. Aber es ist keine Minion, hat er sich dann doch gewinnen. Äh, was macht ihr denn da unten? Ich hab so ein bisschen auf den Auffall in der Kallister da unten, ne? Ich hab... Oh, klar. Du nennst. Was? Ich hab gerade der Talent Engage mich. Super sinnlos. Ich eh den halt so weg. Und dadurch hau ich den ja ein bisschen weg. Und der Mayfight urtet genau auf die Stelle, wo er davor stand. Und macht ins in so ein Katzen-Emoto da noch rein. Ja, ne? Das ist... Hatte was. Ich kenn einfach das Holsteel, oder? Ist das sinnvoll? Überhaupt nicht. Geh ich dafür? Absolut. Oh Gott. Urgott? Ne. Ja, Urgott. Talon. Oh Gott. Ah, der hat irgendwie keine Ruhe. Die weißt auch nicht, woran das liegt. Ich glaub, du bist... Also... Ja, also ich weiß auch nicht, warum... Wurzelt relativ hart gek... Ne? Ich wär da gar nicht reingegangen. Ich hab irgendwie zugeguckt, wie der Mayfight stirbt. Dachte die ganze Zeit, hätte ich das tun wollen. Hätte ich nix tun wollen. Boah, ich hab den Witz irgendwie gemacht, per Zufall. Ja, so währenddessen... Ja, klar. Naja, der freit ist dagegen. Der stimmt dagegen. Ja. Ja. Ja, der spawnt halt die ganze Zeit. Oh Gott, geh weg, geh weg! Warum? Nein, Quinn. Karin. Oh, scheiße. Urgott besser auch, ja. Hast du noch Ult? Ja, schon, aber der hat noch seinen Scheiß... Ehm. Der hat quasi offiziell gecheckt. Oh, die Quinn hat die Dings gekriegt. Aber ich glaub, der hat auch nicht... Oh, das war ein schöner Zeit. Mensch, hab ich das Gefühl... Das war die geblockte Ult, ne? Achtung, bringt es... Oh Gott. Ich hab noch keinen Befreiungsschlag fertig. Oh Gott, du bist so teude. Das stimmt. Oh, gut. Hier, ich bin da, ich bin da. Ja, ich bin ja, ich bin ja auch. Der Wille war da, ne? Ich will auch gern ra... Oh, warte mal, ich hab ein Assist bekommen. Da ist ein Mailfight! Oh Gott, oh Gott. Ich war so fokussiert auf mich. Ja, ich hab's auch gar nicht mitbekommen. Ah! Ja, hook ihn, hook ihn, hook ihn. Hook ihn? Ja. Aber wir haben keinen Denk, oder? Guck, du redest die Mailfighters Leben. Das ist die Hauptsache. Okay, nehm. Was redest du? Da kommt Quinn, da kommt Quinn. Du machst das super. Jetzt einfach weglaufen. Ja, das wollte ich ja schon die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, warum Quinn schon immer rein muss. Du hast mich voll gebatet. Nein! Aber ich dachte auch, wenn ich das... Guck, guck! Oh Gott! Den Fighters hast du engaged. Wunderbar. Jetzt gehen wir auf den Ding. Ja, siehst du? Fantastisch! Fantastisch. Perfekt durchgeplant. Das hätte man natürlich... Man muss sowas halt auch zehnmal planen. Zehnmal planen. Hä? Was ist denn eigentlich? Ich bin jetzt nicht mit dem Talon los. Hat der mentale... Der ist 9-2. So viel kann ich los sein mit dem. Das stimmt. Das stimmt. Das ist ja ruhig 9-2. Na, komm! Oh, ähm. Na gut, wenn der... Ich glaube, ich bin jetzt... Ich glaube, ich bin jetzt da. Und der Merkert ist auch da. Ja, gut. Die ist auch da. Der Merkert ist ultra schnell, der Merkert. Komm gar nicht hinterher. Oh Gott. Oh, ne. Irgendwie stirbt der? Kannst du gerne... ... um mir... Der stirbt gar nicht. Irgendwie... ... um mir... ... um mir zu holen. Ich komm mal nicht hinter mir her. Aber der hat auch geflasht. Wird schön, wenn du wirklich zero Fucks gegeben hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Fuck gegeben habe. Und dann bin ich einfach gestorben, weil ich in den Tod gebaitet wurde. Nicht mit mir. Irgendwann... Gerade ganz kurz hatte ich Sozi das Dex, ne. Und dann kommt Taran über die Wand, ich dodge ihn, und dann kommt einfach so ein riesiger Anker in meine Fresse. Tschüss. Ja komm, hol mich mal ab mit der Laterne, oder? Haben die Baron gemacht und einfach gar nicht genutzt? Naja, wir haben halt nonstop gefeilt. Wir spielen halt offiziell Aram oder auch NALCS Teamfight Tactics. Teamfight Tactics? Viel mehr hab ich gespielt. Alter. So, ich hab einen richtigen Ping gemacht. Super. Oh, ich bin auf dem Weg. Welcher Weg? Ja, boah. Malfight ist ja mein Dooku-Partner jetzt. Dieser Weg... Willkommen... Okay. Da, da, da. Ja, 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 ja. Ist die Pflanze da? Nein, nein, nein. Dann muss der ja hier lang. Ja, 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 ja. Ja, sehr gut. Wer kriegt den? Er bleibt einfach nur so stehen und vier Leute um ihn rum. So ein ganz, ganz schlechter WoW-Endboss. So, Endboss? Endboss? Raidboss. Was war's? Komm, Malfight, gib mir ein bisschen was. Oh, yeah. Fliegt einfach und fliegt ins Gesicht. Okay. Ich bin ja... Ich bin jetzt so stark. Ich find's aber schön, dass wir hier die Wölfe zu dritt machen, statt dem Mittelendrum zu. Gar nicht. Ja, ich hab da noch unterwegs. Aber... Ja, wir sind echt mächtig für die Gegner, ne? Aua, aua. Ja. Aber wir sind auch mächtig. Ja. Geht so, ich weiß. Mitte-mäßig. Aua. Hopfen wir, alles gelottet. Ja, sehr gut. Ist das? Was ist das? Das ist ein Talents-Bash-Heave. Ja, find ich jetzt wenig witzig. Oh Gott. Der ist so ultra low. Aber was machen denn die andere Leute? Ach, scheiße. Aber er ist gestorben. Die A-Taste konnte ich noch vertreten. Ah, Mann. Das war... Na, ich weiß nicht. Also, ich bin halt so eng... Ach, Mann. Diese Choke-Points sind so... Was glaub ich noch für ein item, was so hilft? Ich weiß, mir hilft irgendwie gar nix, ne? Ähm. Was gibt's denn? Ritterschuhe, Zege... Ritterschuhe müsste doch funktionieren, oder? Ritterschuhe? Wie heißt das eigentlich? Ähm. Night's Bow. Wenn du der Niedernst-Fast bist, erhältst du 20 Rüstung und Lauftempo. Wenn du der Niedernst-Fast bist, erhältst du 20 Rüstung und Lauftempo. Wenn du der Niedernst-Fast bist, heilst du dich um 12% Schaden. Ja, es ist ja nur Damage, nicht physical. Dann nimm das mal mit. Doch, hier, 12% Schaden erhältst du dich absoluten Schaden auf dich. Und Heilung und Schadensumleitung wären nur 50%. Ja. Ja, hau mal rein. Ich meine, du hast ja schon gute Items. Das Redemption habe ich zum Beispiel, ist neu, oder? Ja, ist gerade gekauft. Hast du ihn schon klein? Ja, durchaus. Aber dann dachte ich mir, nein. Oh, guck mal. Das sind zwei Fire Drakes für uns. Infernal Drakes. Warte mal, wie haben wir den denn bekommen? Keine Ahnung. Quinn hat den mit den Q über die... What? Geht ihr den gesteilt, oder was? Ja. Eine Quinn? Karin? Oh, äh. Ja, lass mal hier. Da. Trap. Trust me. Ist das hier? Ja, wir trappen, wir trappen, wir trappen. Ich weiß nicht. Ah, ich muss... Ah ja, wenn ich pingen will, ist das einfach das Glücksrad, was ich schwingen muss. Kannst du mir auch einfach sagen und ich pinge. Die sind aber alle Bot-Lag. Ja, dann machen wir den, dann machen wir den. Go, go, go. Ah. Gehen wir den hinzudreffen? Ne, wir haben so einen schlechten Nash-Damage. Aber, das wird schon. Aber der ja so, komm. Ja, da ist doch alles fein. Macht der viel? Der ist echt gut, der Mensch. Ja, ja, der ist echt gut, der Mensch. Weil der kann die auf Wind wollen, den Nash-Damage. Scheint er ja nicht aktiv machen zu wollen. Brauchen wir nicht. Ah, ich meine auch die ganze Zeit. Ich bin ja dann tot. Ja, guck mal einer. Hat er sich geschnallt? Oder war denn so, wie machen wir jetzt eher ein Power? Ich weiß auch nicht. Ja, guck mal, guck mal. Und unten die Kalista denkt jetzt auch noch, sie kommt von uns weg. Der Mehlfurt wird ja einfach kommen und dann ist die so tot. Ach doch. Tja, so where is this place. Ich hab's gemisst obwohl sie gestunnt. Ja, ich müsste ihr gar nicht mehr. BAM! J-Ihabe die ULt gemacht, die erste Coolen zu... Da! Mitte, 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 Mitte. Ja, geil der Talent Dam chance ist schon mal raus. Oh Geil, macht ihr mit ihr impressions der coordinates? kille stabesse iss ja. Aus der Luft Airport. Hunt offhersüchtkomme. Das ist auch so ein richtig herrliches.. Żm A Jiren! Laut mal coverage. B pra��� Michals dann geht's kamp PREDER SIEVILLE! Ja, zuge karena! Da vorne ist der! I Ich bin auf der Überholspur. Ich wusste gar nicht, dass das Quinn-Ding als Knock-Up zählt. Wenn ich meinen Himmelstopp kriege ich keinen Assist. Oh, komm hier. Wie schön, wie du adaptierst von Du rennst dumm in den Turm zu Ist das alles geplant? Das ist so meine Gehirnwindung, macht so Klick Sinn. Ja, Quinn ja so, die Combo-Karte Tarnon auch nicht. Leute, eigentlich sind wir ja eine gute Hombo-Combo. Das war alles geplant. Wir wollten es nur spannend halten. Guck mal, ich bait jetzt den Autos. BÄM! Ich hab ja eine Lantern, ne? Du hast keine Lantern, ich hab die Lantern. Wow, ich dachte wir sind ein Team. Ja, ich hab die Kalista. Kalista? Und den nehm ich auch noch mit. Warte mal. Die müssen, ey. Stunts! Scheiße. Alter. Sind sie nicht noch Freunde? Sind sie tot? Ich wär eh gestorben. Ja, ich wär eh gestorben. Das sieht schön aus. Einmal noch an der Kette. Oh, warte, jetzt hab ich Zeckes gekauft. Stopp! Stopp, halt stopp! Was wollte ich kaufen? Ritterschuhe. Close enough! Ist ja fast der Ritterschuhe. Kann man das nicht... Man müsste das so zerlegen können, dass ich nur noch das Kettenhemd behalte. Also die Stoffrüstung. Ich finde, das fällt einfach nicht auf. Scheiße egal. Brauch ich nicht. Brauch keine Items. Bin gut genug. What about all? Sind das für Menschen? Ja, ich dachte, ich krieg den Ausschluss da noch. Das sind ärgerlich. Äh, hier. Leute, Hilfe. Ja, keiner lebt. Warum? Was soll das? Weiß auch nicht. Irgendwas. Oh, der ist so... Nein. Ja, der Mayfard holt den easy. Der muss sich mal holten dafür. Ach, der hat schon mal schon. Ja, der hat Predator an. Alles gut. Wir überlegen die ganze Zeit noch, ob es ihn wert ist dafür zu holten. Oh Mann. Wer hat gerade geholten, jetzt ist er tot. Ich weiß. Deswegen hat er sich ja... Er hat lange überlegt. Aber die Queen ist ja die Queen. Ich bin auch da. Maße. Queen. Oh, schön. Das machen wir. Das machen wir. Okay. Ha! Oh, scheiße. Ich wollte mich schon freuen. Nein. Nein. Ich hab mich schon drüber. Ich flash doch rüber hier. Komm mal her, du. Dommel Sautor. Was willst du jetzt hier? Oh Gott. Ja, sit down. Zerript haben wir sie. Zerript haben wir sie. Zerrippel? Zerrippel. Zerrippel. Okay. Ey, die Queen hat jetzt 13,8 ne? Just saying. Es ist gut, dass wir nicht im Chat geflammt haben. Nur so verbal unter uns. Oh Gott. Fast hätte ich mit dem Hier noch nichts bekommen. Ich wollte noch mal das hier machen. Also ich hab die ganze Zeit an die Queen geglaubt, ne? Ja, okay. Dann war ich hier der Burger Flamer. Natürlich. Den Autilus. Den Autilus. Da ist jetzt jemand Killgeist. Ja. Als hättest du nicht... Ach man. Das war eigentlich nicht. GGWB meine Damen und Herren. Schaut doch bei... Wo soll ich denn bei dir vorbeischauen? Was verlink ich denn? Twitter, Insta, Twitch, Youtube. Ach alles! Ja Bruder, gönnt euch ne? Also schon durch abonnieren. Ähm. Also sonst gucken wir noch die Damage an. Ja, sorry für den Sound. Aber das hier ist das Sound Ding. Das hab ich von Berlin mitgebracht. Ist äh schön. Äh steht zwischen uns. Deswegen weiß ich nicht genau wie der Sound gebalanced war. Du kriegst von mir aus ein Stay Cool. Er steht zwischen uns. Ja. Okay. Wow. Oh mein Gott. Das ist auf so vielen Ebenen gut. Er ist aktuell in 10. 4.000 IQ. Ähm. Fast muss damit stellen. Hau da rein. Tschüss. Tschüss. Stoppen.